Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von KICKMALL IN. Ich bin Julius, der Neuzugang der SG und werde heute mal ein bisschen Flensburg erkunden und ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß! So, wir sind an unserer ersten Station angekommen und zwar im Flensburger Hafen. Der Museumshafen gehört zusammen mit dem Schifffahrtsmuseum und der Museumswerft zum historischen Hafen Flensburgs. Der Verein Museumshafen Flensburg e.V. kümmert sich hier seit 1979 darum, dass traditionelle Segelschiffe und Wasserfahrzeuge instand gehalten werden. Wie gefällt es dir in Flensburg bisher? Flensburg gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe mich gut eingelebt und auch ein bisschen was schon in der Stadt gesehen, den Hafen jetzt auch mal ein bisschen erkundet und freue mich dann auch schon auf die Flens-Arena. Wo ist der Unterschied zwischen Leipzig und Flensburg als Stadt? Erstmal das Wasser ist natürlich ein großer Unterschied und auch sonst die Größe der Stadt. In Leipzig war ich es auch gewohnt, überall mit der Bahn hinzukommen. Hier muss ich gucken, wie ich das anders gestalten kann. Und ich habe auch festgestellt, mit Kartenzahlungen ist hier auch manchmal ein bisschen schwierig. Also Leipzig ist einfach ein bisschen größer und hat vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber hier ist es auf andere Weise einfach schön. Und dann machen wir uns auch schon auf zur nächsten Sehenswürdigkeit. Wir stehen jetzt hier am Norder-Tor. Das Norder-Tor ist ein Überbleibsel der früheren wichtigen Flensburger Stadtmauer. Heutzutage dient es allerdings nur noch als beliebtes Postkarten-Motiv. Wie bist du zum Handball gekommen? Also mein Vater hat Handball gespielt und dadurch auch mein älterer Bruder. Und so bin ich dann irgendwie wie automatisch da auch reingerutscht und habe dann als Kind schon viel Zeit in der Halle verbracht. Hast du ein Ritual vor dem Spiel? Ich würde sagen kein bestimmtes, aber viele kleine, was auch immer mit der Mannschaft zusammenhängt. Also in Leipzig zum Beispiel bin ich eigentlich immer als Letzter eingelaufen. Aber jetzt in Flensburg habe ich jetzt noch nichts Konkretes. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt an der Flensburger Brauerei angekommen. Seit 1888 wird in der Flensburger Brauerei das bundesweit bekannte Flens gebraut. Darüber hinaus besteht eine enge Partnerschaft zwischen der Flensburger Brauerei und der SG Flensburg-Handewitt seit über 25 Jahren. Was machst du, um mal abzuschalten? Ich gehe sehr gerne Kaffee trinken mit Freunden oder was essen. Ich habe auch Golfspielen für mich so ein bisschen entdeckt, aber kam leider auch noch nicht so oft dazu in diesem Sommer. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich lese gerne, ich gucke gerne Serien und ich höre auch gerne Podcasts. Wir gehen jetzt weiter. Seid gespannt, was als nächstes kommt. So, ihr seht jetzt im Hintergrund schon den Audimax. Wir sind hier nämlich am Flensburger Campus. Und auf diesem bilden die Europa-Universität Flensburg und die Hochschule Flensburg eine der größten Bildungsstätten in Schleswig-Holstein. Hier haben rund 10.000 Studierende die Möglichkeit, in nahezu allen Fachrichtungen neues Wissen zu erlangen. Wie sieht ein Tag an der Akademie in Leipzig aus? Wir hatten morgens Training und hatten dann im Normalfall zwei Blöcke Schule mit Mittagspause zwischendurch und dann abends noch mal Training. Also wir hatten weniger Unterricht, dafür haben wir eben drei Jahre statt zwei Jahre Abitur gemacht, damit wir mehr trainieren können. Was war früher dein Traumberuf? Eigentlich war tatsächlich relativ lange schon mein Traumberuf Handballprofi zu werden. Ich glaube, zwischendurch gab es auch mal eine Phase, da wollte ich Ritter werden und bin meinen Eltern extrem auf die Nerven gegangen, als wir in der Burg im Urlaub angeguckt haben, weil ich so enttäuscht war, dass das heutzutage nicht mehr geht. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur letzten Station und dann habt ihr es auch schon geschafft. Ich habe es nun also doch schon vor dem ersten Heimspiel zu Flens Arena geschafft. Wir sind an unserem letzten Ziel angekommen. Die Flens Arena befindet sich auf dem Flensburger Campus und ist eine Mehrzweckhalle, in der die SG Flensburg-Handelwitt ihre Heimspiele austrägt. Bist du gut in der Mannschaft angekommen? Ja, definitiv. Also Franz Semper kannte ich ja vorher schon, der hat sich direkt gemeldet, bevor ich hier ankam, hat mir seine Hilfe angeboten. Und auch sonst sind alle sehr, sehr hilfsbereit. Welche Erwartungen hattest du an die SG? Ach, ich glaube, über Erwartungen konnte ich mir gar keine Gedanken machen, sondern es ist eher so, dass ich hier meine Hilfe anbieten möchte oder einfach was lernen möchte. Und ich glaube, ich brauche da nichts zu erwarten, sondern das wird auf jeden Fall kommen. Also ich glaube, das wird eine sehr lehrreiche Zeit und dementsprechend braucht man da keine Erwartungen. Ich bin nun am Ende meiner Flensburg-Tour angekommen, habe ein bisschen die Stadt kennenlernen dürfen. Mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ihr könnt gerne auch bei den anderen Videos vorbeigucken, zum Beispiel bei der Reha von Lasse und Jöran oder auch beim Fanclub bei der Auswahlreise nach Hamburg. Und ja, schaut nächste Woche Dienstag 18 Uhr beim nächsten Video vorbei und bis bald in der Halle. Bis bald in der Halle.